Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW War of the Lich King und zwar sind wir im Scholasarbecken und wir sind bei Folge 19 dann müssen wir ein bisschen was sammeln hier Steaks für den Jäger genau in der letzten Folge haben wir den Flughof fertiggestellt jetzt gucken wir mal für diese komischen Steaks so der Ehring Steak an überall glaube ich trocken hier sind die Giraffen die müssen für die Steaks ok hier 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 Klappt ja wie am Schnürscher. Ich hoffe nur, dass dann auch die Steaks da drin sind. Kühl ist vielleicht drin. Das brauchte man damals viel zum Kochen. Ahem. Ist der? Oder? Oder mit drin? Ja. Alles klar. Ja, was ist auch immer wieder so toll? Ja, das ist irgendwie... aus einem 50 steaks machen können aber mit den zähnen bei den tigern oder so damit die zähnen die zähnen die zähnen die zähnen Die kommen nicht zu ihm. Zwei Sticks haben wir schon. Langhals Sticks. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube hier braucht man auch noch Dinge für die Verteidigung. Ja, Verteidigungswerte. Ja, noch 400 und. Alles, was anders aussieht, ne? Wenn man einen Titel hatte, konnte man hier dann die Titel aussuchen. Wenn man das richtig angeschlettert hatte man, das sind ja super viele Titel. Die ganzen Feiern da. Titel sammeln, ja man konnte für alles Titel sammeln. Von da und da. Von dem und dem. Von Ogrima. Ne. Von Sturmfiend. Was gibt's denn noch? Von Danassos. Von Exelon. Muss man dann wehrfürchtig werden. Das ist Aktion. Und. Und man musste. Die ganze Questreihe abschließen. Was schon recht cool, dass man da so machen musste. Ach, come on ey. Achja. Manchmal, ne? Achja. Ach, wenn du die Server neustacht. Wahrscheinlich ist das einfach nur morgens. Soll ich mal morgens spielen? Startet der morgens immer, also nicht weil ich spiele, sondern einfach nur weil's morgens ist. Startet der Gute immer den. Äh, ist aber neu. Moment. Ah ja. ja das liebe ich aber hier ja ne, man weiß immer wo welche Tiere sind hier, wenn man Tiere aufspüren hat ja die bluten Viecher die killen die auch immer oh hier ist eine Wolke, die konnte man als Ingenieur mit so einem komischen Saugapparat, komm mal die aufsaugen verschiedene Sachen dran, die damit da, ne flüchtige Luft oder so, ne flüchtige Sachen sind glaube ich von so, die Steaks haben wir ich hab die Furchte noch sammeln ich glaube, ich würde die schon mal abgeben gern ich hab die schon mal abgeben gern ich hab die schon mal abgeben gern ich hab die schon mal abgeben gern Mokra vorwärts zum Sieg das ist ne Menge EP, finde ich soo er wollte Papaya oh, da war eigentlich nicht mehr dran hm 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 das auch nicht kommt er denn hin ich würde sagen wir machen mal kurz eine pause beziehungsweise machen hier schon mal schluss das war gleich rausschmeißt wir dann im nicht stehen würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es wieder heißt und ich hoffe diesmal ohne server neustart bis dahin auf wiedergesehen